Die Märkenschen Kliniken sind ein großer kommunaler Unternehmensverband mit drei Krankenhäusern. Wir suchen sie für unsere 33 verschiedenen Fachabteilungen als Assistenzarzt. Die Kollegen sind nicht mehr nur Mitarbeiter, die sind auch Freunde. Das breite Spektrum der Unfallchirurgie und Orthopädie mit dem Basiswissen auch der Allgemeinchirurgie, wen er Interesse daran hat. Die sind gute Professionelle, klar, aber sie sind auch sehr schöne und gute Menschen. Empathie, Freundlichkeit dem Personal gegenüber und keine Berührungsängste vor Patienten zu haben. Neben der fachlichen Kenntnis ist sicherlich ein gewisses Interesse und eine gewisse Begeisterung an diesem spannenden Fach nicht ganz uninteressant. Unsere Krankenhaus hat mir richtig, richtig viel geholfen. Was jedoch besonders hervorsticht, sind die geförderten Fortbildungen, weil sie nett sind. Ja, das freut mich jeden Tag mit ihnen zu arbeiten. Wir kümmern uns um sie. Wir führen sie zum Facharzt. Wir suchen sie als Assistenzarzt.